Ich glaube ich stehe nicht mehr. Ja ok, warte ich gehe noch. Ich gehe noch schon, warte. Ja, wird gestartet. Wie kann ich nochmal Vollbildschirm deaktivieren? Vollbildschirm? F11 Nice Ja, ich habe es gelöst. Ah, sowas wie ein Link von mir bekommst du es nicht mehr. Ich muss meinen Kanal finden. Ähm, wir haben mal. Okay, also ich habe deinen Link schon. Hallo? Ja? Habe ich deinen Link schon? Ich kann ihn dir nicht mehr schicken. Wieso nicht? Seving hat gelöscht. Drück auf, drück auf Plus. Das Plus da oben liegt. Das Plus, also neben. Ja. Ja. Okay, jetzt drück auf YouTube. Ja. Dann geh auf deinen Kanal, also dort. Lärm. Da drauf. Da drauf. Du kopierst den Link und checkst ihn mir. Und by the way, es ist eh schon. Ja, look. Wie so ein aktiver Zuschauer, what the fuck. Ich will gar nicht wissen. Da drauf. Du kopierst den Link und checkst ihn mir. Ja, okay, kopieren und check ihn mir. Wieso ein aktiver Zuschauer, what the fuck. Boah, jetzt weiß ich die Toppe da. Scheiße, und jetzt? Was? Dann lass ich mal schließen. Easy. Hast du's mir schon geschickt? Ja. Ja. Hazuer. Verschwierde. Hasuer. SF-Nice. Agnes. Wo ein oder HadensSpieler. Ja. Wieso? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist das absolut Neue. Absolut Neue. So fertig. Was? So fertig. Team 4, ja, digga, wahrscheinlich. Was? Team Fortress ist einfach runtergeladen bei dir. Okay. 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 Drück mal nochmal drauf. Drück nochmal drauf, also auf dieses Neue. Ja, wenn es Discord erlaubt. Toil. Zu groß. Drück mal drauf auf dieses, auf diese Datei, nicht auf abbrechen, sondern... Ja, passiert nicht. Echt? Ja, lang. Ja, digga, wahrscheinlich. Okay, drauf geschissen, dann warte einfach, bis es fertig geladen ist. Bis dahin kannst du ja diesen, äh, diesen Schwulen verschauen, die du geschaut hast. Achso. Hm? Ja, wenn ich wüsste wie der heißt. Ich? Ah, digga, schau den. Wie ist das? So, und jetzt müssen wir mal ganz ehrlich sein, da spielst du natürlich auch ein bisschen in die Physik, die Rolle, dabei, also... Hä, kennst du diese? Also, kennst du sie nicht? Ja, ja, voll geil. Aber ich sag mal so, Salto rückwärts ist auch schon ziemlich der Hammer. Und die Kampfrichter werden sicherlich auch so ein bisschen die, dann nennst mal so, physische... Also, wenn das nicht abbricht, dann weiß ich auch nicht. Trotzdem kann man so einen sauber ausführen. Also, Salto rückwärts. Boah, das Brett. Hä, ist halt so. Äh, das muss jetzt abbrechen, ne? Und ich sag mal eins, das war ein super Sprung. Das war der beste, den ich überhaupt von ihm gesehen habe. Jetzt gucken Sie sich das mal an. Die Drehung, der ist gerade, die Hände an der Seite, und der geht gerade rein. Das gibt's doch nicht. Wo hat er den denn hergeholt? Wo hat er den denn hergeholt? Unglaublich. Alles klar, fertig. Wie gesagt, mit den Voraussetzungen... Was jetzt? Ja, jetzt öffne das mal. Klick. Drück drauf auf diese Crowfiese. Hast du? Ja. Okay, öffne das. Also, jetzt siehst du auf den Bildschirm, dass du das? Klick. Klick. Okay, jetzt öffnen wir den Amnesia-Ordner. Das ist todeslang. Dieser PC. Der Arbeit. Die Maps. Und das Team. Und das Team ist unter Skins. Und das Kind, ja. Ja, das schon. Komm, man. Kannst du wissen? Amnesia? Ja. Hat sich gelohnt. Ähm. Ja, scheiße, Alter. Geh mal raus. Also, es ist im Amnesia-Ordner. Hä? Warte mal, installier mal, installier mal Amnesia neu. Vielleicht musst du es ja neu installieren. Was? Nein. Nein. Nicht waschen. Aufhängen. Ja. Ja, ich muss den Augenbrauen. Nein, aber was nein? Da oben. Aber doch nicht in den Kasten einer hängen. Hey, ich hätte das irgendwas vorzumachen. Hast du es noch nicht gemerkt? Ja. Ja, passt schon, geht die. Es ladet erst runter. Es ladet erst runter? Ja. Ach, wirklich? Ja. Wow. Hat er nur noch eine Minute. Ja, okay. Ja, wir sind alle völlig aus dem Häuschen, Faisal. Ich kann dir sagen, das ging schneller als Haare waschen. Afghanistan hat sich gemeldet. Olympia-Teilnahme ist angefragt. Wo hast du den hergeholt? Das war ein Monstersprung. Danke, wir haben heute hier gesichert. Gib mal ein Hain auf YouTube dort. Ja, aber ich habe Trainingssprünge von dir gesehen. Da habe ich Angst bekommen. Oh, dann das Ding. Bist du ein Wettkampftyp? Junge, rastet es beim Zocken aus oder so, rastet es. Ja, aber an meine Schuhe. Das oder das? Ja. Das erste. Ich kann das eh. Was los? Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 HALLA HALLA Soll ich jetzt wieder in Ordnung gehen? Ja jetzt wieder in Ordnung Ja du bist schon, du bist schon Ich nicht Doch, komm Okay Jetzt zieh diese ganzen Dateien Innen rein da Einfach so rein Diese Cry of Fear Diese Cry of Fear.zip gibst du in Amnesia rein Also einfach so Alles kopieren und dann haben wir Außer diesen Ordner ganz oben Diesen Punkt Darf es so reinziehen? In den Amnesia nicht Lounge oder so Warte, geh mal zurück Geh mal zurück Jetzt geh mal raus aus dem Amnesia-Orden So jetzt nimm das alles Aus den Amnesia drauf Ja okay so geht's auch Und wenn da jetzt irgendwas mit ersetzen steht Dann äh Ja ersetzt das 3.000 Elemente alter Hä Ich bin echt Hobbylos Na? Was? Du hast das In den Steam Spiele Ordner reingegeben Yeah Jetzt nimm das Nein 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 Drück nichts Nimm diese ganzen Sachen Und schieb's jetzt in den Amnesia Ordner Also diese, die jetzt da sind, oder? Okay Ja Ja Deine ersetzt Da sind aber immer Ja okay Was? Das sind was? Das ist das Leg Light Dirt Update Lock Okay das war's Du kannst die Du kannst du und duizid mit deinem Gefühl. Widerspielen nicht, wenn ihr Bischofs eingeschränkt seid oder unter Suizid... ...suizidale Depression leidet. Weiterspielen! Gib's auf 1. Naja, zu gut. Ne, auf 1 ist du ein bisschen. Naja, wie gut. Hm, wie möchte ich alles? Nein. Ich bin schon wieder so low, ich hoffe fast gar nichts mehr. Wollt ihr Spiel beginnen oder? Nein, 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 Option, Option. Und jetzt, äh, gib meine Sounds leiser. Oh. Jetzt, äh, noch nicht, noch nicht. Geh auf Option zurück. Und geh auf Spiel. Naja, Grafiken. Jetzt baller alles zu, also voll hoch. Weil... Das ist das höchste, oder? Nein, 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 das ist das niedrigste. So, jetzt gehst du auf erweiterte Einstellung. Und ballerst wieder alles voll. Textur, Filter, blablabla. Geh mal hoch, dieses Bild in hier. Nimm das Trill in hier. Ah, Anastrophobie, oder wie überhaupt nur das heißt. Da oben. Scroll hoch, dieses da, ja. 16. Ja, runter noch. Ja, runter noch. Jetzt Samples. Geh auf, das ist ja. 63, das ist ja. Oder 32, ja. Auflösung hoch. Und schalt geletten an. Oh. Da, ja. Das hoch. Äh, das an. So, jetzt drückst du auf OK. Jetzt start das Spiel, Leute. Äh. Was? Jetzt wirklich? Ja, ja. Das Spiel musst du noch schlippen. Damit die Grafik gut ist. Warte ein bisschen, weil ich hasse den Bug, Spiel läuft bereits. Was? Ich hasse den Bug, wenn da steht, Spiel läuft bereits. Okay. Yay, aber uns lag immer auf den Stallern. Was? Aber jetzt ist gleich viel mit Abos auf. Was ist los? Noch zwei Abos auf. Easy. Okay. Spiel schon. Na ja, warte. Spiel beginn, oder? Ja. Okay. Wir sind jetzt einfach in Cryo 4 und nicht in Namedia. Ist halt so. So habe ich die Mod gemacht, auf jeden Fall. Das ekligste ist jetzt, nachdem ich weiß, dass das Szenen sind, die im Hintergrund immer rauschen, dass das keine Chips sind. Ich dachte, der ist die ganze Zeit Chips oder so. Was hast du immer gedacht früher? Ich habe mich schon immer alleine gefühlt. Mein ganzes Leben lang. Solange ich mich noch erinnern kann. Oh, Ralf, Bruder. Was? Ich weiß nicht. Ob ich das mache. Ob ich das mache. Oder ob ich das mal gewohnt bin. Ah ja, okay, ist schon gut. Tsch! Tsch! Einsam sein. Du sagst es beim ersten Schreiben, dass das voll verstörend dran ist, weil ich da gelabert habe. Und wütend zu fühlen. Boah. Was? Was? Fuck. Alexandra Kuvavagini. Matthias V. Wow. Alina hat... David... Heine. Wer ist das? Hatte ich gar nichts haben. Hehehe. David... Feitsch. Hehehe. David H. Hehehe. 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 Andreas Rönnberg. Hehehe. Hehehe. Ach, sind die alle ausgedacht? Oder was ist das? Hehehe. Ne, das sind echte Leute. Hehehe. 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 Hallo? Was? Er hat keinen Bock es zu bewegen. Sollen wir noch nicht. Was? Sollen wir noch nicht bewegen? Oh du kleiner Barster, wollte ich das wissen. Nein. Was für Spiele? Wuggins? Nee, ich muss noch nicht lesen, weil der Papa so gut wollte. Boah, steht gar nichts. Ja, deswegen stellt die Gamma nochmal auf 1. Trafiken. Stellt die Gamma da. Nein, nein, nein. Geh zurück. Runter Stellung. Gamma. Da unten Gamma. Gamma. Mathe. Nein, Mann. Stell es auf 1. Da unten steht das ja. 0,85. Stimmt. Da schlägst du bei uns. Ja, wahrscheinlich. Ja, leck mich doch am Arsch, ob ich neu starte. Nee, drück auf ok. Muss ja nicht neu starten. Ah ja, wie du gemerkt hast, die Speicherfunktion wurde weggenommen. Hast du nie gemerkt, oder? Nö. Also wenn man... Vielleicht muss man alles von neu machen, oder wie? Hm, ja. Ja, leck mich doch am Arsch. Ja, leck mich doch am Arsch. Ja. Ah, das ging ja. Jetzt komm mir eigentlich gerade ein Stich. Ui. Kann ich auch nicht gefangen? Oh mein Gott, armen Akon, du kleine Jobs sind, Digga. Hast du nicht die neue Jobs gehabt? Mischel. Oh mein Gott. Wieso schoss auf den Boden? Hä? Wo bin ich? Bin ich Digga? Wie... Bin ich hier hergekommen? Du bist hier hergekommen. Du bist doch gar nicht kleiner Hase. Oh ja, es wird schon dunkel. Ja, gut. Ich hab gesagt, dass ich nicht weiß, wo ich bin. Verdammt. Kein Empfang. Ich sollte mich auf den Weg nach Hause machen. Es wird schon dunkel. Ich geh den lang. Ich geh doch auf den Weg. Ah ja, es ist sozusagen noch die Beta quasi. Von den Weg Adventures. Ich hab mich nicht nur gelieb. Es wird alles gut gemacht. Du bist wiederum? Ja. Du bist wiederum? Ja. Ja. Es wird das war's, ich wollte mich nicht dafür, dass du es zu spielen. Ja, ja. Ich bin ja. Ich geh da lang. Danke, dass du das Glasten hast. Ich möchte da nicht rein. Oh fuck. Ich muss da rein. Du musst da rein, wenn du brauchst. Erstmal noch mal kratzen. Ah, okay. Ich hab schon an, dass ich es dir absolut verstanden habe. Asi. Hallo? Ist jemand zu Hause? Ich hab schon wieder seinen Chips rumgegangen. Hm. Du kannst mit E und Q, btw, wieder hier. Vielleicht wollen wir Alex oder so. Was? Hey, hast du im Raum Lichtschalter? Ja, natürlich. Aber rechts. Aber ich hätte schon wieder sehen. Ja, recht. Ich hab keine Ahnung, wo rechts. Es wäre Licht. Es ist schon Licht. Noch mal rum. Nein! Noch mal drauf. Drück hoch. So, jetzt war's das. Easy. Ah, jetzt kann ich gucken. Ah, jetzt kann ich gucken. Ui, schönes Bett. Äh, muss ich hier drin was finden? Hello, du hast nicht mal alles durchsucht. Warte, 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 geh zurück. Und speichern nochmal. Speichern nochmal. Und jetzt, geh hier. Escape. Escape. Jetzt Option. Trafiken. Und stell uns auf eins. Ich starte das Spiel sicher nicht neu. Wieso, wieso nicht? Weil ich darauf keinen Bock hab. Ja, aber du hast ja gespeichert wird. Ich weiß, aber trotzdem will ich das Spiel nicht neu starten. Na gut. Ich bin nicht genug. Ah, ich kann schocken. Ah, ich kann schocken. Ah, nein, nein, nein. Ach so, du... Du siehst nicht genug oder? Ehh, nein. Nein. Na 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 Ja, du hast eine Schlüsselkarte. Wie geht das? Wie soll ich da noch ein Dolph? Das ist kein Dolph. Worf ist das? Nein. Ich frage die Beschreibung. Da unten ist eine Beschreibung. Das ist ziemlich scharf. Wow, das ist ein Puckmesser. Das ist ein Puckmesser. Genau da bist du weg. Nichts? Was ist das? Ich geh gerade auf. Ich geh einfach weg. Ich geh einfach weg. Ich geh einfach weg. Ich geh einfach weg. Das ist so, wie es geht. na 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 Wow, I think it was a pretty good idea. No, 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 I don't see it. Is that... is that blue? No, it looks like it's kitchen soft. It looks like? What is happening here? It's kitchen soft, it's not a glass of water. Wait, wait, wait. Yeah, yeah, you little dude. What the hell? Who was that? It's a swan. Yeah, we're going down. That was a good idea. It was a good idea. Now you're completely alone. I'm just running down. That's not a nice one. I can't say anything, but I can't say anything. Yeah, that's true. Did you go down or not? Of course, but now you're completely lost. I'm just running around. I'm running around. I'm running around. Ah, I'm running around. Is that an Abundance here? No, right? It's dark. You can't see it. I'm running around. No, it's not a obstacle. You're going down... I'm running around... Okay, go. Hey, y'all. Hehehe Hey, jetzt geht's da Jetzt geht's da Hast du das Witz oder sehr falsch? Sehr falsch, du musst zurück komplett Von da kam ich jetzt grad, also wenn du reingehst Hey, weil du gesagt hast zurück oder? Ja, jetzt da, links, links Aber, äh, ja, die rechte Seite Ah, ist das richtig? Wieder rechts? Äh, rechts Nicht die linke Seite, rechts Das ist, glaub ich, die da, ja, ja, ok Jetzt links, glaub ich, also jetzt die linke Seite Geh sie Was ohne was zu sehen Hehehe, bei ner Hilfe haben wir noch Eeeeh, eeeeh, eeeeh Eeeeh, eeeeh Eeeeh Sag, wenn da irgendwas liegt, was ich finden könnte, ok Da liegt aber auch nicht bei dieser Map jetzt Ok, die nächste Map wird richtig ätzend, das heißt Ui Eeeeh Im 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 E Ok, da ist jetzt rechts ein Hotel ne. Wow Rechts entlang sollte bei der Wand Also rechts entlang bei der Wand, sollte jetzt eine Tür sein Du musst die Wand anarbeiten Kaffst, ach! Oh Leute, sieh mir nicht mehr Füße Lalalalalala, ich hab bloß Fremde, erst wird für links A links, also sollte ich gleich da hoch Aber nachdem das rechts ist Hat nämlich Fahrstuhl keinen Kanal Eben nicht Wenn du noch mal runter musst Boah, was ein Schwuler, Digga Hat kein Hinternet, so hat die Nacht gesagt Er sagt es auf links Ah, ja, ist klar, glaub ich auch Oder so dann, erste Tür links Da ist keine Türe Ja oben Da sind nirgends die Türen, dann gehe ich da hoch Wenn du da vorbeigehst Keine Türe Schau nach links Keine Türe Keine Türe Keine Türe Wahrscheinlich war er schon wieder auf geht Sehr intelligent Was? Ich hab da willst du nicht hin, oder? Oh Okay Ich brauche Ich brauche Ich brauche Hey Hey Ich bin da nicht zum Fressen Soll ich Ich bin da nicht zum Fressen 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 Ziegen Nee Aber links ist ne Tür Also Wenn der dunkelheit Nicht diese Dunkelheit Die rechte dunkelheit Hä Da rechts Ist ne Tür Links Hinter dir Rechts Hinter dir Dort Diesen Weg Ist ne Tür Irgendwo links sollte noch eine Tür sein. WTF? Wo bist du? Drichmo? Ah, das ist eine Tür. Okay. Salmö! Oh, no, no! Eh, eh, eh! Okay. Oh, schade. Ich könnte es nicht überwirkend einbauen, dass man verspringen kann. Hätt jetzt genau was gebracht. Nichts, wieso? Wow. Kann man brav, das Licht verschalten. Gut. Boah, das Lichter hier, diese Lichter hinzukriegen, das war richtig... ...schwierige Geburt, wie Herr Glosch schon gesagt hat. Ey, was ist das? Ich glaube nicht. Spitzen, alle Spitzen. Ui! Ah, ich weggemacht beim Freit. Schau Papier. Hörel, das ist schon... Aber in der Zwischenzeit, ich glaube, das ist schon sehr gut. Ah, da wäre auch nicht schon. Wow. Zu gelückeln'st. Einmal, Bonusst ukliyor's. Was? Na, 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 nicht da, nicht da. Da in der Mitte. Jetzt. Am Ende das gar nichts, ja... Ja, äh, was? Fass ab Fass ab Fass ab Fass ab Rechts Rechts ist nett Fass ab Fass ab Fass ab Fass ab Die Tür da perfekt Hey, der zieh in Schrank Hey Ah, schade. Scheiße, ich hab das falsch gescriptet. Da sollte mein Geheimnis Teil 2 stehen. Wow, das hat sie echt gerne gehört. Was ist? Das wäre da vorgekommen. Wahrscheinlich, dass ich sie jetzt gekriegt habe, oder? Ja, ja, er hat sie dann gekillt und keine Ahnung was danach passiert. Ich hatte es mir nochmal anschauen. Easy. Ja, ciao! Wecken sie. Ah ja, das ist im Momental nicht mehr dasselbe wie bei der letzten Version, hast du wahrscheinlich gemerkt, oder? Ah ja, das ist ein bisschen anders. Wie kann es eigentlich übergehen? Sag Ende des Flurs, das denke ich noch nicht. Ja. Echt? La 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 la. Wow. La 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 la. Da musst du jetzt aber rechtzeitig nicht. Ist er verschlossen? Ja. Wow. Du hast einen Schraubenzieber eröffnet. Ja. Du brauchst einen Stuhl in der Luft. Ey. Geil. Ich bin Getränkeautomat, man. Kannst du den Stuhl von da nehmen. Ja. Aber ist das jetzt ne... Findest du das besser, oder findest du die letzte Version besser? Oh. Oh. Bei der letzten zwei Sekunden hatte er einen voll beschissenen Anfang, ne? Also ich wach den im Traum, blablabla. Ja. 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 Du hast einen Schraubenzieher, richtig? Ach der ist schon weg. Ja. 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 Keine Kinder. Ja. Ja. Tschö. Boa, Digga. Jetzt weißt, jetzt wo ich weiß dass das Zähne sind. Äh. Hm? Jetzt wo ich weiß dass er lasst, er hat das E-G-Neisch. Das so. Ja. Ja. Jetzt spinest man die Ante aber auch viel besser. Ach du das mit den, äh Chips oder? Okay. Du truss mir das. Ähm wo ist denn? nicht nicht Schalter nicht fallen lässt. Schalter nicht zu schulig schalter, Digga. Gott. Hat er sich das selber zugefühlt? Ey, ich komm dich besuchen! Da lag ein Schlüssel. Nur noch die Kahlschlüssel. Ha, fuck, ich komm da irgendwie nicht mehr raus. Das ist so ne scheiß Idee. Easy. Hat ich jetzt hier was, oder muss ich hier was? Ach, halt. Ich weiß auch nicht. Nimm Warf ihn, du wirst glaub ich verlösen. Ich hab reingeschritten. Oh, vielleicht. Gut. Was ist der Teppichin? Was ist der Teppichin? Ah, das ist der Teppichin. Ich glaub der Teppichin hat ein bisschen viel geschrieben, oder? Ja, wir kommen noch nicht vor. Aber er hat wenigstens auch nicht das Bett. Was? Er hat wenigstens auch nicht das Bett. Nicht so ein Bettisch mit zwei wie alle anderen. Hey! Was ist mitfall! Ohhhh. Ich weiß es nicht mehr auf konnten wenn ich fahren dürfte. Ohhhh, Wattenhuben! Jetzt ist der weg, oder wie? Du hast ja den Hauptschluss schon vergessen. Achso, ich dachte, damit kann ich nur eine Tür aufschließen. Nee, Hauptschlüsse. Lies die Beschreibung ein bisschen, dann weißt du doch warum. Äh, alle Türen sind weg, alle Türen sind weg, alle Türen sind weg, alle Türen sind weg. Ey, Arzt und Arzt, komm ja, ich habe ein Tauschenmesser. Komm ja, ich steche euch alle auf. Ja, ich steche euch alle auf. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, nach vorne, nach vorne. Nicht zurück, nach vorne. Einfach nach vorne. Absolut. Du följst, leben. Immer leben, du följst. Oh, ich schmerz dich so nass aus, ich schau mal, ich schliebe so nirgends. Verdammt, was war das? War das, Amna? Ich glaube, ich werde verrückt. Ich will hier raus. Ab nun? Ja, du hast jetzt eine Hauptschlüssung, vielleicht kannst du die nächste da oben verwenden. Hm? Interessant. Aber wir versuchen es. Oh wow. Was jetzt? War das geplant? Ja. Du bist auch nicht verrückt. Achso, ich soll jetzt irgendwo hinkrabbeln oder wie? Ne, alles gut. Ach scheiße, diese Map habe ich vergessen. Okay, egal. Wer ist da? Ruhig. Ich bin keiner von Ihnen. Und wer bist du dann? Ich bin niemand. Hä? Hä? Du bist doch mal so. Sehst du, als würde ich einer von Ihnen werden? Ich weiß nicht, ob du mir alles wirst. Ich kann dir nicht vertrauen. Lass mich einfach in Ruhe. Ja. Ja, du gehst. Der Pott ist halt weg. Was ist zur Hölle? Komm mal. Komm mal nach. Komm mal nach, Koiro. Wenn ich es nicht finde, stehe ich es nicht ab. Ähm. Sollte ich hier eine Lichtschalte sagen? Ne. Alles hier lang? Ja. Ja, ich sehe zwar gar nicht. Die Tür ist verschlossen. Du musst deine Tauschmesser benutzen. Deine Tauschmesser benutzen. Ich kann nicht. Du musst erstmal die Tür wieder finden. Oh. Ja, wo war genau los? Pottet sich weg. Lass ich dir grad gehen. gut wieder. Ich cognitive Autos und Euberthame in der Küche Los geht es. Dann nutzt du kocht ich mit wie ein Triki. Ich wollte dich doch nehmen. Da ist dein Rostiger Schlüssel auf dem Tisch. rostiger schlüssel ist auf dem tisch glaube ich verschloss was zum teufel war das diesmal helfe ich dir nicht ablato wenn du f drückst geh mal raus hörst du den sound dann ist die taschenlappe an wenn du die batterie rein gut ja im winter habe ich auch geändert also dann weißt du wahrscheinlich eh hüah ich ansche okay dann verpiss dich mal raus jetzt ja jetzt wieso aber schau ich nicht an sonst ja du solltest lieber nicht was machst du was machst du das ist die die Stapul guck wie hat das mal raus ja schleichen was machst du naja egal was machst du warum gehst du jetzt da rein hüah ich kann da raus Wo bin ich gekommen? Nein, wo der gekommen ist. Verdammt. Ich. Ich sollte die Polizei kontaktieren. Du hast keine Fange. Was? Keine Fange. Scheiße. Arge. Scheiße. Okay. Ich sollte dein Lieber erst mal wissen, wo und warum ich hier bin. Was ist das überhaupt für ein Ort? By the way, du kannst links gehen. Und was war das für ein Ding in diesem Haus? Ja, jetzt kommen wir wieder zum schwersten Teil der Welt. Bäume sind gefährlich, oder? Ne, wieso? Ne? Ne. Ich. Oh, eine Warte zu. Bevor du flest. Ah, das ist uns nicht sicher hier. Na gut, wenn du wirklich richtig hartkopf viel Pech hast, dann willst du verwecken. Ja, genau, wie das. Ich dachte vorher muss das nicht gefährlich, du Bastard. Ja, Dinger, später noch. Achso, ja, jetzt musst du schon wieder das Ganze wieder machen. Wo bin ich? Vergiss die Zunderbüchse. Was? Na gut. Ja, jetzt ruft mich Alex an, ich hab keinen Bock. Was zum Teufel war das? Hast du dich auf Steam eh offline gestellt? Nö. Stell dich mal auf Steam offline. Mach ich gleich. Was? 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 Wir machen doch mal einbietigerweise. Ich sollte jetzt einen Weg nach Hause finden, ist sicher, es ist nicht sicher hier. Daiko, du hässiges stinkendes Stück Scheiße. Bis zum nächsten Mal. Wieso ist das verschlossen? Ja, du musst die Nadel finden, schon vergessen. Hallo da. Doch, Frise. Ich hab nicht mal was probiert. Du hast nicht mal ne Taschen, obwohl doch. Wo ist es hier? Geh zurück zu diesem Scheiß. Nicht Ausgang, Eingang. Das ist nicht so. Da, da ist es. Ja, ok. Geh links, da her. Nein, nein, rechts, rechts. Nicht in den Baumwein. Nein, nein, rechts, rechts. Da, da. Jetzt geht das gerade aus. Links. Die Kamera nach links. Da, vom Boden. Ja, ich muss sie zaufeln. Ja, ich muss sie zaufeln. Wie geht das? Wie geht das? So. Warte, mehr. Echt? Och, danke. Ich glaube, ich bin... Ich bin ein Stäbelstief. Ich habe ja nicht. Ah, das schwankt so langsam. Was? Nein, egal. Ah. Das ist so verzögert. Das ist so nervig. Was ist verzögert? Ja, wenn man ein Stäbelstief ist. Ach so, das ist so schwammig. Die Steuerung, oder wie? Ja, ich mach wieder ein. Ok, warte. Ja, das ist wieder ein. Ja, wahrscheinlich bin ich ausgetaucht. Ja, wahrscheinlich bin ich ausgetaucht. Jetzt mal. Wie ist... Wie ist sie? Da geht es wieder in die Todesfalle, glaube ich. Ah ja, richtig. Da geht es wieder in die Todesfalle. Ich stehe, bis ich finde. Was? Das ist mit richtig. Ich finde das nicht. Das ist nicht. Geplant oder nicht? Wieso? Ja. Ich kippe gleich oben, Digga. Ja, das ist so geplant. Ja, komm, da geht rein. Die Todesfalle. Hey. Let's go. Ich bin ja... Äh. 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 Wieso bist du raus aus dem Raum gegangen ist? Wieso bist du raus aus dem Raum gegangen ist? Wieso bin ich von dort hängen gehen? Ja. Kannst du mal. Ach so, ja. Wenn du verrecken würdest du gleich gehen oder? Wieso? Wenn ich weiter. Du wirst nicht verrecken wenn du... ähh. Du kannst doch verwecken wenn du Schaden kriegst Ich glaube es ist dieser Grund sind Zyndermixen wichtig Du musstest zum Tisch eigentlich Wie zum Tisch? Warte in der Ecke Von der anderen Ecke Gönntes Problem Ey Wieso kann ich meine Taschstammel nicht aufmachen? Ja du musst deine Batterie erfüllen Und du musst Anti-Dinges nehmen Hab ich welche? Ja Ja Du hast ja gerade eine aufgehoben Blöp Ich achte doch was ich aufhebe Solltest du würde dir wirklich fehlen Ja Achja das ist auch nicht mal dieses Öl Also beim Inventar ist es auch grün Also wie eine wie wirklich Was? Was? Okay Aber das ist safe und schaumst gar Digger Weil ich es dir gesagt habe Oh wie schade der Kalker ist aufschloss Ich glaube auch du bist verletzt Du solltest mal auf ihn nehmen Glücklich Yeah Ja Kann ich nicht mehr oder? Ja Nicht dass ich wüsste Kann ich noch hingehen? Also in der Kalker kannst du nicht Aber du kannst links hinter dir Warte du warst Also Ja Rechts von dir ist ein Raum Rechts Ja Nö 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 Heh 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 Heheh heh heh Reh Wee 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 Zer bleibt dir zwar für immer stehen Doch Hab ich fast er macht nicht Was? Doch, der bleibt dafür immer stehen. Ach, nicht so schwul, du Bastard. Danke für den Schlüssel, du Bastard. Kein Problem. Lass mich gerade eine Schlüssel brauchen, um den Töre dort aufzusperren. Um den Kerl aufzusperren? Aber wie komme ich hier wieder raus? Gar nicht. Der Typ bleibt für immer dort. Du musst da irgendeinen Weg rausfinden. Oh mein Gott, ich schlag das. Stimmt, wo hast du gespeichert? Das ist schon intens, wenn ich das Speichern rausnehme. Du kannst alle 2 Sekunden verrecken. Ich helfe dir da nicht, viel Spaß. Was ist das? Nee, das ist ein Grafik-Bug. Ja, Digga, wie willst du es schaffen? Du kommst natürlich nicht weit raus. Ah ja, bevor du die Tür schließt. Warte, warte, nicht schließen. Das Monster war nur Einbildung. Wenn du zu einem Monster zu nahe gehst, dann geht er weg. Jaaa, Glückwunsch. Ich will sie nicht verraten. Weil du nicht weiss, was Halluzination ist und was nicht. Du kannst nicht nachhaltig sein. Du kannst nicht nachhaltig sein. Oh, schon. Ja, gut. Easy. Heh. Oh, schau. Reiko, die Pillen selber werden dich nicht besser fühlen lassen. Du musst dir etwas mehr tun. Ich rate dir, eine moderne psychologische Behandlung zu versuchen. Diese Behandlung nennt sich kognitive Therapie. Was ist das? Nun, es sind nur ein paar Aufgaben, die du tun musst, um die Vergangenheit und Ängste zu vergessen, die du hast. Interessieren dich Bücher, Reiko? Ich... Ich weiß es nicht. Warum? Nun gut, ich war nur neugierig. Wer ist, wenn du im Buch schreibst, wie du dich fühlst, denkst du, du kannst es machen? Ich denke mal, ich versuch's. Geben die Sounds solche Echos ab? Ja. Okay, dann hab ich das gut gescriptet. Wie gefällt dir dieses Echo-Effekt? Alles gut, ja. Was ist da hin? Ist da irgendwas in dem Raum? Ja, schon, eigentlich. Oh! Nimm den Klopapier... Oh, die Taschlappe. Ja, nee. In der zweiten Zelle wurde der neue eingeschüttet. Ich sah ihn jetzt zusammen, der zu schicken. Okay, 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 okay. Ich versuch's noch. Ich versuch's noch. Zweite Zelle. Bis dich mal, wenn du schreibst, ja. Da, wo du hin bist, ist doch ein bisschen egal. Die richtige Zelle, oder? Nö. Aber doch, das ist die zweite. Lies das Momentum. Lies das Momentum. Da telefoniert der Ding. Lies das Momentum. Einbildung. Nein, das ist keine Einbildung. Oh, okay. Steck dich. Nicht alle Monster sind Einbildung. Ich will doch nicht riskieren. Ich werde jetzt einfach in den Seiten laufen. Echt jetzt? Ja. Du wärst so verreckt, das sag ich dir. So verreckt wärst du. Oh, Gott. Verpiss dich da wieder? Der ist shit. Der sollte sich wieder verpissen. Erste los? Ich muss nur weg. Echt? Ja. Ich werde versuchen, das zu dir. Nur auf hier. Na, ich da schon. Ja. Da musst du zu weg denken. Nein, ich weiß nicht. Ja. Was? Du musst hier annehmen, oder? Du hast nur auf. Ja, ich kann mich nicht zeigen. Alles war gar nicht so. Was ist das? Wo war der Oskar? Oskar! Du wirst voll beängstigt irgendwie Oskar, nö 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 Fuck Fuck Du wirst schon rausgeteilt, Alter Okay Folgt dem Lift Ist das keine Szene, oder? Was? Worauf was ist? Ist ja nicht so schade Das kann ein bisschen brauchen Na Spaß Pass auf die Beine auf Selbst wenn du eine unsichtbarer Wandtest Wir haben was wieder genommen Hier Spielt auch zu oder Role Röle Röle Der Leistung geht schon wieder eine Stunde, Alter Gernichtbar Ne, die Bäume blöcke ich an Paus aber trotzdem auf die Bäume aufgebaut Und da kamst du, oder? Was? Was ist jetzt? Was? Absolut nicht von da, oder? Genau, egal. Von da komme ich, oder? Keine Ahnung. Das ist so nervös. Was denkst du mit deinem Hintergrund? Ich weiß nicht, ich glaube von da kamst du, oder? Nein, du bist richtig. Das war knapp. 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 ... auf der Seite. Oh, jetzt muss ich noch ein Tidsneu da. Nö, ich kann. Was ist mit Lügel? Ich muss jetzt erst wieder zu 16 Avenue, oder wie? Was? Ich muss jetzt wieder zu 16 Avenue, oder? Du gehst in Park. Das ist wirklich logisch, ja. Ja, shit, 16 Avenue, dann muss ich in Park, oder? Ja, aber 16 Avenue, ich habe zu lassen. Da, 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 Batterie, Batterie. Zurück. Da. Da, 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 Batterie, Batterie. Zurück. Hä? Wie bist du so liebri geworden? Wie bin ich liebri geworden? Es ist eine Würste. Was? Ja, jetzt geht's zurück zum Park. Du musst aber zurück. 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 Mach mal. Ja. Geht's rechts. Kannst die Taschnampe anschalten, wenn du willst. Da ist es schon ziemlich dunkel, ich sie selber nicht. Dann. Gut. Dann einfach nur geradeaus. Pass auf, dass du keine Bäume begegnen willst. So ist es. Nächste Nürn. Ja. Ja. Ist aber von Schloss gelang. Alles klar. Ich sehe. Okay. Jetzt möchte ich auf einmal schon wiederkommen. Oh Gott. Komm, wir gehen schon weggetöten. Hallo? Hallo? Ich kann dich nur ganz schlecht hören. Wer ist da? Ich weiß nicht. Kannst du mir helfen? Was zum Teufel geht in dieser Stadt vor sich? Ich hoffe diese... Wissen die auf Drogen war, ist das weg. Wissen die auf Drogen war? Was? Ja Mist. Pass kurz, ich weitergehen. Ich weitergehen. Ah, um Jusus ist der Knecht da wohl. Hallo, ich kann dich nur ganz schlecht hören. Wer ist da? Session Segment, by the way. Kannst du mir helfen? Hallo? Wie geht denn dieser Schatz vor sich? Wie geht dieser weiter? Ja, wo ist das? Was? Hast du den geholt oder was? Eistee? Ja. Woher weißt du das? Ich hab's gehört. Läuft bei dir. Was hast du gehört? Der hat jetzt ja auch. Guck mal nix. Das ist toll. Du hast dich schon wieder erschreckt. Der war gut. Du steckst dich zusammen bitte. Das ist so geil. Ja gut. Das ist so geil. Ja gut. Na? Ach, scheiße. Ja gut. Die Wände weg? Wand weg? Was? Wo war die Drohntwand? Hier oder? Ah, da. Da war sie. Nein. Nein. Dreh dich nur. Hinter dir. Da vor dem Bürotisch. Wie du dich schon wieder erschreckt hast. Okay. Dreh ich mal hoch unter dieser Kiste. Unter dieser Kiste ist der Schlüssel. Weg hier da. Hallo. Oh Gott. Speichern müssen nochmal. Wie findest du eigentlich die Idee mit der Speicherung? Ach gut. Oh, also ist deine eigene Idee so. By the way. Ach komm Alter. Resident Evil hat sie benutzt. Silent Hill hat sie benutzt. Und die original Cruyff. 4 Motoren hat sie benutzt. Oh. Oh. Ähm. Weg. Ich glaube. Ich glaube. Ach. Oh. Äh. Beende mal alle Sachen. Oder seppst du mal oder was. Lass. Ach. Ich tappe. Nee, ich tappe mal das. Weil ich dachte, die alte Dinge öffnen möchte. Und dann... Sof. Sof. Wie the hell are you doing here? Hey Simon. Hi Simon. Hi Simon. Ich finde kann auch nur das mitnehmen im Boden. Was ist das, was du nicht verstehst? Was denkst du? Die ganze ganze Stadt ist mit... ...monsters und... Ich habe einfach... Ich meine... ...Sudden, du bist auf alle diese Rooftops? Was machst du hier? Hast du hurt? Monsters? Simon, du bist scaring mich. Simon, du bist scaring mich. What the fuck? This is just sick. Well, I... Maybe it's just... Let's talk about something else. How have you been? I don't know. I'm just... ...confused. You? Not too bad, thank you. Better now that you're here. Yeah... I'm... I'm glad you're here too, Becky. I've been alone all this time. I see. Sounds tough. But what about yourself? Why are you here? Are you hiding up here from those... ...things? No. I really don't understand what you're talking about. I'm just... ...thinking. Thinking. Yeah... Been doing a lot of that as well. Do you remember how you got here? I don't know. Well, because... I woke up myself. But... It wasn't an alien. Wait... I can probably show you. No. Hush, Simon. Can't we just keep here for a while? Oh. Yeah. Sure. Do you want to know something? Yes. Yes, I do. I want to know just what the fuck is going on here. Is it about the doctor there? Or what's his name again? Doctor? Simon, please. No. I mean about school. Oh. Yeah. What? Well, I don't know if you knew. But I always had a hard time at school. You were... Well, you were pretty much the only guy who was kind to me. I never said it, but... I really want to thank you for making my life a little bit more bearable. You're a cute guy, Simon. Yeah. Yeah. Yeah, you did have a pretty giraffe. Thank you. Yeah. I guess I helped you because I liked you. You were one of the prettiest girls at school and I don't know, I just... I guess I wanted to protect you. I don't love you, but I think I could if we got to know each other better. You're so beautiful, Becky. Why haven't you said anything? I never had the courage. I... I mean, I wasn't exactly the toughest kid in school, was I? But now we're here alone. I... I feel stronger. I always liked you, Becky. Oh, Simon. I don't know what to say. I always liked you too, but not in that way. I always thought that you were just a friend. Nothing more. I'm sorry. Oh. But... Shit. Damn so much stuff has happened lately. I'm sorry. All this craziness. The darkness and... And the monsters and... And the freds are all over. I think I'm going crazy. I'm so glad I found you. I know. A lot of things have been going on lately. Yeah, really. Was it you who tried to phone me by the way? Yeah. I wanted to talk to you. To get away from it all. Oh. But what? Out here? No. Away from everything. Away from all this. What? What do you mean? You know full well what I mean. Wait a second. You mean all. No! Yes. No, no, no! Yes, yes, yes! Yes! Okay, okay. Warum hat sie... Was zur Hölle? Das ergibt doch alles keinen verdammten Sinn. Hä, du bist schon wieder da. Soll ich da vielleicht einen Endboss hinzufügen bei, ähm, Vecci? Lass mir dann... Lass ich dann vier Enden aus... ... aus zwei Enden mache. Warte noch unten... Noch? Diese scheiß Treppen... ... die das macht man so irgendwie. Oh! Hm? Man kann nur so heftig gestalten. Yay! Ja, rechts raus. ... ... ... ... ... Let me go. I love you, bitch. I love you, bitch. I have to leave. Please. I fucking love you. Just let me go, Simon. ... I gotta go. Huh. Mein nächster Sche... ...bestrecken, Digga! Was ist das? Mein nächster Sche... ... familie. Ja, wir checken. Hör auf. Für immer? Nein, morgen oder sowas. Morgen? Ja. So ein bisschen Eierschorkel. Hä? Hast du Tomaten gekauft Eier? Aufgehobschluss in Saxon Avenue. Dann den live stream. Live stream von Philippe mit der Tie. Ah, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Die Mods. Die Mods. Aufgehobt. Die Mods. Die Mods. Aufgehobt. Am Boden ist das. Hier zurück. Ich bin an so einem Scheiß immer vorbei hoffen. Hm? Ich bin an so einem Scheiß immer vorbei hoffen. Spielst du auf beide Händen wieder? Joa kommt davon wo du dein letzter Speichercheck hast. Ah, da von hinten. Also genau dort wo die Deutschen so überbracht werden. Ja, das hab ich schon gelesen. Ah, der Fehler. Ah, das hab ich schon gelesen. Das haben wir trotzdem auch. Ah, haha. Sag mal, das ist alles rot. Das ist alles rot. Das ist alles rot. Das du hast auch beim letzten Speicherpunkt. Was? Das du hast auch beim letzten Speicherpunkt. Ja. Was? Was? Nein, gemeint. Gehen wir kurz noch weiterspielen? Nein, nein. Noch nicht. Noch nicht. Ich hoffe es hat gespeichert. Wenn nicht, dann schlag ich dichter. Okay. Okay. Wir sind gespeichert. Okay. Okay. Wir sind gespeichert. Ich speichere dann nochmal jetzt wegen der Batterie. Dann gehen wir halt ein paar. Das ist krass da. Das ist krass da. Untertitelung des ZDF, 2020